Hallo und herzlich willkommen zu meinem sechsten Video, in dem es um eine relativ schwer zu berechnende Reihenschaltung geht. Die Reihenschaltung besteht aus den Widerständen RI und RA. Von RI ist der Widerstandswert bekannt, von RA ist die Leistung bekannt, die er in dieser Schaltung abgibt. Der Widerstandswert selbst ist nicht bekannt. Die ganze Reihenschaltung liegt an einer bekannten Spannung U. Ich kenne also die Gesamtspannung U, den Widerstandswert RI und die Leistung PA des Widerstandes RA. Gesucht ist hierbei der Widerstandswert RA. Ich habe in anderen Videos gezeigt, dass diese Formel einen vernünftigen Lösungsansatz zur Berechnung von RA bildet. Ich habe gezeigt, dass es zwei Lösungen gibt für diese Forderung. Das spiegelt sich übrigens auch darin wider, dass diese Funktion quadratisch ist. Ich habe das Ganze dann numerisch gelöst, um auf diese Werte zu kommen und in einem weiteren Video die allgemeingültige Formel hergeleitet zur Berechnung von RA1 und RA2, die hier zu sehen ist. In diesem Video soll es nun darum gehen, elektrotechnisch plausibel zu erläutern, warum es denn zwei Lösungen gibt für diese Forderung. Ich weise allerdings hier schon mal darauf hin, dass es möglicherweise auch gar keine Lösung gibt. Es gibt also durchaus Fälle, in denen keine Lösung vorhanden ist, wenn diese Werte entsprechend gewählt werden. Für diese Werte, die wir hier sehen, gibt es aber tatsächlich zwei Lösungen und genau das werde ich jetzt anschaulich erklären. Ich betrachte dazu zwei Extremfälle, die möglicherweise zunächst sehr merkwürdig anmuten. Wir werden aber im Verlauf des Videos sehen, warum es vernünftig ist, diese beiden Extremfälle zu betrachten. In dem ersten Extremfall wähle ich für RA den Wert 0 Ohm. Damit existiert der quasi gar nicht mehr. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass hier ein Widerstand mit 0 Ohm vorhanden ist. Für den zweiten Extremfall wähle ich hier einen Widerstandswert von Unendlich. Damit habe ich an dieser Stelle de facto eine Unterbrechung. Trotzdem ist es vernünftig, diese beiden Extremwerte zu betrachten. Warum, das werden Sie gleich sehen. In beiden Fällen gilt ja, dass PA, die Leistung an diesem Widerstand, gleich UA, Spannung an dem Widerstand mal der Stromstärke ist. Da in diesem Extremfall aber nun hier gar keine Spannung mehr abfällt, also für RA gleich 0 Ohm gilt, UA ist 0 Volt, heißt das natürlich auch, dass die Leistung, die hier umgesetzt ist, 0 Watt beträgt. Für den zweiten Extremfall fließt gar kein Strom mehr und somit kann an dieser Stelle auch keine Leistung umgesetzt werden. Das heißt, für RA gleich unendlich ist der Strom gleich 0 und somit natürlich auch die Leistung gleich 0. Ich fertige nun ein Diagramm an, auf dessen Y-Achse ich die Leistung in Watt abtrage und auf deren X-Achse ich den Widerstand von 0 Ohm bis unendlich ansteigen lasse. Also 0 Ohm bis unendlich. Da ja bei einem Widerstandswert von 0 Ohm RA gleich 0 Ohm die Leistung 0 Watt beträgt, kann ich an dieser Stelle schon mal einen Punkt eintragen, hier rot markiert. Da bei einem unendlich großen Widerstand die Leistung ebenfalls 0 Watt beträgt, kann ich auch diesen Punkt schon eintragen. Diese beiden Punkte sind also schon bekannt für den Verlauf der Leistung in Abhängigkeit vom Widerstandswert. Also dieser Punkt ist bekannt 0 Watt und hier 0 Watt. Lasse ich nun den Widerstandswert ansteigen, so wird die Leistung im Widerstand bestimmte Werte annehmen. Ich habe hier einfach fiktiv einen Kurvenverlauf angenommen. Den werde ich gleich noch etwas genauer zeigen. Dieser stimmt nur annähernd. Die Leistung steigt also an und wird irgendwann einen Wert von 10 Watt erreichen, wird weiter ansteigen und wird irgendwann aber wieder sinken müssen, denn der Wert muss ja quasi auf 0 Watt zurückkehren. Das heißt, die Leistung von 10 Watt muss an zwei Stellen vorhanden sein, an diesem Punkt und an diesem Punkt. An dieser Stelle ist ja nun der Widerstand kleiner als an dieser Stelle, das heißt, dass an dieser Stelle der Gesamtwiderstand der Reihenschaltung kleiner ist als an dieser Stelle und das bedeutet nun wiederum, dass in dem Fall des kleineren Widerstandes der Strom größer ist als im Falle des größeren Widerstandes Ra. Gleichzeitig ist es aber so, wenn der Widerstandswert von Ra anwächst, von da bis da, wird der Spannungsfall an Ra größer werden. Das heißt, bei einem größeren Widerstand habe ich zwar den kleineren Strom, aber eine größere Spannung an Ra. Umgekehrt, bei einem kleineren Widerstand habe ich den größeren Strom, der durch Ra fließt, dafür aber eine kleinere Spannung. In beiden Fällen ergibt sich hier aber mit PA gleich UA mal I eine bestimmte Leistung, in unserem Beispiel 10 Watt. Abschließend betrachte ich den Verlauf der Leistung in Abhängigkeit vom Widerstand Ra noch etwas genauer. Man kann relativ leicht die sogenannte Funktionsgleichung für diesen Fall ermitteln, denn die Leistung PA in dem Widerstand Ra ist gleich I², also dem Gesamtstrom zum Quadrat mal den Widerstandswert. Der Gesamtstrom lässt sich aber wiederum recht leicht errechnen durch U geteilt durch den Gesamtwiderstand. Das Ganze muss natürlich hier wieder zum Quadrat genommen werden mal Ra. Und somit habe ich nun eine Funktionsvorschrift hier stehen, die mir genau wiedergibt, in welcher Weise PA von Ra abhängig ist. Ich habe hier einmal den entsprechenden Kurvenverlauf ganz genau dargestellt. Man sieht, dass die Leistung zunächst stark ansteigt, wenn Ra von 0 größere Werte annimmt, einen Maximalwert erreicht. Interessanterweise liegt dieser Maximalwert in der Reihenschaltung immer dort, wo der äußere Widerstand Ra den gleichen Wert hat wie der innere Widerstand, der in dieser Reihenschaltung vorhanden ist. Das ist der sogenannte Fall der Leistungsanpassung, auf den ich hier aber nicht näher eingehe. Wird der Widerstand nun größer werden, so wird die Leistung an dem Widerstand wieder stark herabfallen. Und wie wir ja bereits eingangs gesehen haben, wird dann der Wert immer kleiner werden und schließlich theoretisch gegen Null laufen. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesem Video anschaulich und plausibel aus elektrotechnischer Sicht erklären, warum es für den Fall, dass diese Forderung gestellt wird, zwei Lösungen geben muss. Ich hoffe sehr, dass Ihnen das Video gefallen hat. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.